Das ist das Haus von Tim und das ist Tims Freundin Mia. Es ist ein wunderschöner Tag und Mia möchte Tim abholen, um ihm ein Geheimnis zu erzählen. Mia klingelt. Tims Mama öffnet die Tür. Tim kann heute nicht nach draußen kommen. Er hat Hausarrest. Aber ich muss ihm noch ein Geheimnis erzählen. Ein anderes Mal. Mia ist enttäuscht. Sie sucht einen kleinen Stein und wirft ihn an Tims Fenster. Hallo Mia, was gibt's denn? Ich muss dir unbedingt ein Geheimnis verraten. Aber wenn du es zu mir heraufrufst, hört es ja jeder. Da hat Mia eine Idee. Für ihr Vorhaben braucht sie zwei Becher, eine lange Schmur und eine Schere. In die Rückseite der beiden Becher sticht Mia mit einer Schere jeweils ein Loch. Durch dieses schiebt sie die Schnur und verknotet sie im Inneren des Bechers mit einem dicken Knoten, sodass die Schnur nicht mehr durchrutschen kann. Dasselbe macht sie mit dem zweiten Becher, am anderen Ende der Schnur. Und fertig ist das Bechertelefon. Jetzt kann Mia, Tim, ihr Geheimnis erzählen. Aber Achtung! Die Schnur muss dabei gespannt sein. Warum eigentlich? Wenn man in die Dose hineinspricht, versetzt die Luft die Dose in Schwingungen. Diese werden auf den Boden der Dose und dadurch auf den Faden übertragen. Wenn der Faden nun ganz fest gespannt ist, gehen die Schwingungen weiter auf den Boden der anderen Dose. Diese Schwingungen versetzen die Luft in der Dose in Schwingungen und so gelangen sie zum Ohr des anderen. Das Ohr nimmt die Schwingungen wahr. Das Ohr des anderen Dose in Schwingungen.